Live oder Studio? Live. Muss ich mir beide immer beantworten? Könnt ihr machen. Okay, oder nicken. Oder Kopfschütteln. Oder, ich weiß nicht. Ja, ja, alles gut. Ich hab verstanden. Okay. Welches Lied habt ihr zuletzt lautfalls mitgesungen? I Wanna Be Like You. Rip It Up. Okay, wann habt ihr zuletzt gelogen? Ich lüge nie. Jetzt? Ich schon. Vinyl oder Download? Irgendwas dazwischen. Eigentlich müsste man mit Trockenrohbeeren Vinyl sagen, aber... Nein. Eigentlich geh ich immer... Nee, ist ja dann illegal. Download. Statt sein. Oder... Ja, so. Eine Mischung. Fahrrad oder Ferrari? Fahrrad. Fahrrad. Das macht euch Fuchsteufel zu wild. Nazis. Total. Das wolltet ihr schon immer mal loswerden. Mein Oberlippenbart. Nein, willst du nicht. Wenn ihr an Erlangen denkt, denkt ihr an? Drauf. Was? Drauf. Drauf? Drauf? Ja. Ich denke an... Das E-Werk. Es gibt es ja da nichts. Ich denke an... Das E-Werk. Es gibt es ja da nichts. Das E-Werk. Pflanzen. Essen oder rauchen? Rauchen. Essen. Gehen oder bleiben? Am liebsten bleiben. Puh, da bin ich gerade in einer schwierigen Situation, da kann ich mich gerade nicht entscheiden. Ja, dann bleibst du auch ein bisschen.